Leslie, so lässt es sich leben, ne? Gib mir mal dein Hemd kurz her. Irgendwas ist total dreckig, das muss ja die Linde sein. Hanna lässt es sich hier gerade am Pool schmecken, ne? War gerade im Pool und jetzt ist die Pommes im Indoor-Pool. Okay, draußen nicht. Mit Ketchup schmiert den Rest in ihr Handtuch. Mach das nicht, Hase. Und was ist dein Plan für nachher? Na gut, ich werde mir jetzt auch was für Essen holen. Ist im Pudding, 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 ist im Pudding. Okay, danach gleich an die Arbeit. Das ist der Ausblick von meinem Hotelzimmer und ich schaue genau auf die Moschee da. Und jeden Morgen um, ich glaube, halb sechs ist es, fängt der, hm, wie hieß das noch, Ehmann, an sein Gebet anzustimmen. Schade, jetzt ist es gerade zu Ende. Es ist nämlich jetzt, ich glaube, zwölf, kurz vor zwölf. Und eben hat er die ganze Zeit gesungen und jetzt dachte ich, ich gehe mal mit euch raus. Jetzt ist es gerade zu Ende, Mist. Weil das ist morgens echt laut, ich wache da immer von auf. Aber ich gewöhne mich langsam dran. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Da drüben ist auch einer. Könnt ihr zwischen, wenn ihr hier in das Dach, durch das Dach durchguckt, könnt ihr noch die, keine Ahnung, Türmchen sehen. Da schaut mal die Berge da hinten mit Schnee. 25 Grad und Schnee da hinten. Ich wollte euch nur mal Hannas kleine Muschelsammlung zeigen. Was ist das denn für eine? Die sind echt hübsch. Total schön. Kleine Babymuscheln. Guck mal, mitten in der Stadt ein Wohnblock und unten gibt es direkt frische Eier. Ne? Und Maulbeeren. Siehst du sie? Ja. Hi. Wir haben für meine Freunde Armbänder gemacht und die holen wir jetzt auch. Also... Wir holen die Armbänder von meinen Freunden ab und Elli kommt mit. Wow, mach! Und die haben wir natürlich nicht gemacht, die haben wir machen lassen. Er flog! Das war dein Kopf. Ich hab gesagt, nachher! Abend, das haben sie gesagt. Bist du, Hanna, ich mache jetzt fertig? Nee, das ist ja schon fertig, Hanna. Nein, nicht fertig. Ich mache noch was. Ach so. Okay, wir gehen jetzt erst mal essen. So, Schnuggi, was hast du da? Ein Spiegel. Papa hat sie mir geschenkt. Ein Spiegel. Und was kann man damit alles machen? Also, ein Spiegel, womit man alles machen kann. Was ist da vorne drauf? Eine Katze. Ah, eine Glitzerkatze. Und was kann man damit alles machen? Telefonieren, Zähneputzen, Haareflusten, einfach alles. Schnürsenkel binden? Ja. Pakete verschicken? Ja. Alles? Ja. Damit kann man sogar Fotos machen. Mama? Ja? Irgendein Tier springt so. Guck mal. Ihr Antilopen, ne? Ja. Antilopen. Aber mein Hund kann das nicht. Antilopen. Ja. Er dreht sich um und... Huiiii. Aufm Rücken. Anna, jetzt ne Arschbommel, dann kriegst du 500... 5 Euro. Ne Arschbommel, dann gibts 5 Euro von mir. 10 Euro. 15? Ne. 1000. Aber ich mach das nur, wenn ich mit Badeanzug. So wie du bist. Mama, ich verspreche es dir. Ne, so wie du bist. Ne. Was dich erschreckt? Nein. Gar nicht, ne? Ist die frech oder ist die frech? Ja, du und deine ganzen Ratscher. Ja. Hier von der Katze. Katze. Ne. Katze. Schiebetür. Katze. Katze. Nutella-Ding. Schiebetür. Und Katze. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob wir Bowlen gehen können oder ob da was los ist. Weil offensichtlich sind ja alle Leute drin. Ausgerechnet am letzten Tag jetzt das Wetter nicht mehr so gut ist. Wie viel Grad haben wir denn? 18. Ja, siehste? Ist bisschen frisch. Wobei kommt einem wärmer vor. So schön hier. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen.